Ich weiß, ich weiß, Mielewe im Loop erscheint am Freitag, 29.09. auf allen Kanälen, Streaming, Download, bla bla bla, du kannst es nicht mehr hören. Ich aber immer noch, weil ich freue mich so sehr darauf und vor allem jetzt, wo endlich die Katze aus dem Sack ist und ich es verraten durfte, dass das Album kommt. Das ist so gesehen meine, ja wenn man so will, meine wichtigste oder emotionalste Single, denn es ist wirklich der Song, der mein Debütalbum einleitet. Und ihr habt jetzt nochmal 14 Tage Zeit, natürlich werde ich euch weiter zuspammen mit Infos zu allen 14 Tracks, die auf dem Album drauf sind. Und wenn ihr mir helfen wollt, weiterzukommen, wenn euch meine Musik gefällt und wenn ihr vielleicht beim Konzert am Donnerstag seid oder wenn ihr das heute gewesen seid und euch meine Musik gefällt, dann unterstützt mich unbedingt, indem ihr den Pre-Safe-Link anklickt, denn es ist nicht nur emotional, Musik zu schreiben, sondern dieses ganze Drumherum, dieses Veröffentlichen ist auch immer super emotional, weil es einfach so eine, ja wie so eine Entlastung ist, wenn man irgendwie was geschrieben hat, man hat super viel Zeit reingesteckt, man hat im Studio die Zeit verbracht beim Schreiben, beim Producen, beim Mix, beim Master. Da steckt so viel Zeit, so viel Zeit meines Lebens und Energie drin, in jedem Wort, in jedem Akkord, in jedem Instrument. Und da ich das ja auch alles selber machen darf oder mache, steckt da richtig, richtig viel von mir drin und deswegen ist das wirklich, manche sagen immer wie so ein, wie mein Baby oder sowas in Richtung, ich finde das ein bisschen überzogen, aber es geht in die richtige Richtung. Es ist halt ein ganz großer Teil von mir und ihr würdet mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr am Freitag und vielleicht auch schon heute einfach den Pre-Safe-Link anklickt, die Nummer sichert, denn das hilft mir natürlich ungemein, um im Ranking hochzusteigen, damit möglichst viele Leute das Ding sehen, damit möglichst viele Leute wissen, dass da neue Musik ist, die sich für kölsche Musik interessieren und die Me Leve im Loop nachher hören und vielleicht auch das Album nachher streamen. Also es wäre mir eine Riesenfreude, ich bin super aufgeregt, die nächsten Wochen wären total spannend und hört unbedingt in den Song rein, save das Ding unbedingt, speichert es, teilt es gerne mit allen Leuten und so weiter und so fort, es wäre mir eine Riesenfreude und ihr würdet mir wirklich sehr, sehr viel damit helfen. Vielen, vielen, vielen Dank.